Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich Willkommen zurück zu Stanhard, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, ja, unser kleines Dörfchen, wuhu, jo, schauen wir mal, ne, die Leute, die müsste ja jetzt eigentlich bald fertig sein, schauen wir mal, 15 Möbel fehlen noch, okay, also da würde er dann, denke ich, noch mit dabei sein, jetzt schauen wir mal, dass der, ja, das dauert aber jetzt nochmal so lange und dann macht er noch fürs nächste Häuschen fertig, da ist ja der Stone, also der Mason, der Steinmetz, ne, der wird ja jetzt hier gerade angefangen aufzubauen, da werden sie jetzt im Moment beschäftigt sein und jo, hier unsere Blümchen und sowas, die wachsen alle ganz fleißig, gucken wir mal, wann haben wir denn noch den Koch, oh genau, da werden wir dann auf alle Fälle, ach nee, den haben wir ja hier reingestellt, ne, wir können hier mal, sobald er irgendwann fertig ist, ne, macht die den dann nämlich, ähm, und dann können wir den da hinstellen und ein Kochschild, wenn wir einfach mal mit dazu packen, dann können wir das nämlich hier draußen aufhängen, ne, dann wissen wir, dass da eben der Koch arbeitet und, ähm, jo, der Herbel ist, ne, das wäre jetzt dann auch nochmal eine Sache, der steht ja, oh, was war jetzt fertig, ah, hier hinten, ne, uh, sehr schön, das ist natürlich klasse, das ist fertig, das ist sehr gut, da sind wir jetzt zumindest von der Seite aus relativ gut geschützt, da kommt keiner hoch, sehr gut, aber wir können tatsächlich jetzt über die Treppe hier hinten uns einen Weg machen, uh, höchst interessant, dann lass uns doch mal hier die Bäumchen abernten, ähm, die setzen wir dann natürlich neu, ne, das habe ich euch ja versprochen, und, ähm, ja, müssen wir mal gucken, ähm, ich hätte gerne, dass wir, ähm, für den Herbalist, ich weiß gar nicht, wird sie dann, sie wird eine Klerik, genau, ähm, das heißt, wir werden irgendwann nochmal einen neuen Herbalisten haben wollen, und der kriegt dann Unterstützung von einem Farmer, ach, hier, guck mal, da ist er, genau, der Herbalist, ne, der kriegt als nächstes den Herbalisten, und der wird dann noch einen Farmer an seine Seite kriegen, der sich dann im Teil um die Besorgung der Blümchen kümmert, und das, äh, jo, da werden wir dann mal drauf gucken, dass wir da einfach so zwei, drei, äh, Felder hin platzieren, die, wo, wo es halt nur Blumen gibt, oder wir machen so eine richtige Blumenwiese, das können wir auch machen, das könnte man theoretisch, ich meine, hier oben wäre ja eigentlich schön Platz, ne, wenn wir sagen, wir machen jetzt, ähm, hier einfach so, so eine Straße, ähm, mit, mit, äh, ganz vielen Blümchen hier am Rand, ne, und dann packen wir hier einen Herbalist hin, das müsste ja eigentlich funktionieren, werden wir mal gucken, werden wir einfach mal schauen, ne, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, gefällt mir eigentlich ganz gut, so, wir machen mal ein bisschen schneller, dass, ähm, das hoffentlich dann nochmal ein bisschen zügiger geht, oh, guck mal, cook, 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 level 2, sehr nice, wenn wir jetzt dann, ach, guck, jetzt kann er nämlich den Ofen auch herstellen, und wenn er das jetzt gemacht hat, dann können wir das nämlich, können wir den Ofen aufstellen, das ist gut, ähm, das ist natürlich sehr schön, so, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie schaut's denn hier aus, können wir, Silk Weed könnte man schon nehmen, ne, ähm, das heißt, wir werden hier mal einen hinpacken und da den, den Silk Weed hinpacken, dass wir dann eben halt auch mit dem Schneider anfangen, oh, ah ja, der, der ist da, ah, die, haha, die kommen da nicht rein, aber unsere kommen raus, das heißt, wir werden jetzt dann mal hier hingehen, die sollen ruhig kämpfen, ne, die sollen ja Erfahrungspunkte sammeln und sowas, das machen wir, schau, so, hier haben sie die ersten, äh, Bäumchen schon gefällt, wie sieht's eigentlich hier hinten aus, müssen wir dann vielleicht auch nochmal hier so ein bisschen absichern, oder, ne, da scheinen sie, weiß ich nicht, ah, ne, da kommen sie nicht runter, das ist alles 2 hoch, okay, haben wir, haben wir, ähm, keinerlei Schwierigkeiten, so, Entschuldigung für die kurze, blöde Perspektive, ach, gucke mal, die sind aber nicht so gut drauf, ne? Da müssen wir dann schon nochmal ein bisschen gucken, ne, dass wir da weitermachen, so, und dann wäre eigentlich noch cool, wenn wir hier einfach nochmal eine Straße bauen könnten, dann sind sie nämlich viel, viel schneller da, ne? Pass mal auf, dann machen wir jetzt mal hier, ne? und dann packen wir einfach, ähm, hier, so, genau, und dann können wir hier nämlich theoretisch dann, ne, weiß ich nicht, können wir hier auch nochmal ein Häuschen hinbauen, oder was, und dann machen wir hier einfach nochmal ein Weg, dass die dann eben halt gut hochkommen da, ne, das ist ja, das passt, dann lassen wir das mal bilden, dann haben wir da nämlich die nächste Straße, so, jetzt haben wir hier nochmal, was war das jetzt für eine Nachricht? Achso, nur, dass der Farmer Level 3 ist, okay, ne, das ist doch schon mal was, genau, schön, ja, mal gucken, ob wir hier irgendwie in die Ecke so einen Herbelisten hinbekommen, wir werden sehen, ne? Wenn ich jetzt sage, dass wir hier dann irgendwie die Straße mit so ein bisschen Abstand, müssen wir mal gucken, aber dafür müssen sie erst mal die anderen, ähm, Bäume fällen, vorher wird da nicht so viel passieren. Oh, da fehlen noch Sachen, was ist hier jetzt? Ah, ja. Ah, gucke mal, die zwei noch, und ich glaube, die beiden gehören auch noch zu dem, ne, kann das sein? Das heißt aber, theoretisch sind sie auch hier, guck mal, drei Fenster fehlen noch und ein Zaun. Ah, cool, das heißt, auch da sind wir fast fertig. Ey, geil, 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 sehr schön, das freute mich sehr und können wir hier schon die, die Plätze, du kannst hier nämlich die Leute zuweisen, das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt hatte ich hier gesagt, hier machen wir den, 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 den Dings hin und hier oben machen wir einfach den Carpenter hin, ne? Und sobald wir dann die Möglichkeit haben, weichere, schönere Betten herzustellen, kriegen die dann eben halt auch die weicheren Betten, ne? Das ist jetzt halt nur im Moment so, dass wir noch diese einfachen Betten nehmen. So, können wir hier mal Holz reinmachen und ja, der Rest, der wird dann einfach durchgemischt. Ist natürlich jetzt nicht das Idealste, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier nochmal so ein kleines Lagerhaus hinbauen, wo man halt von allen Seiten mit den Türen reinkommt. Und ja, damit wir einfach möglichst viele Kisten platzieren können. Es gibt ja durch die Mod, können wir später hier solche Kisten herstellen, die sind total die hier. Ich hab jetzt 512 Items rein, aber dafür brauchen wir erst Bolt of Leather. Leather? Leather? Ähm, da müssen wir vorher einfach den Weaver noch fertig machen, da, also den Schneider. Aber das kommt dann jetzt Stück für Stück. Pass auf, dann machen wir hier gleich den nächsten Weg. Ähm, jetzt muss ich bloß mal überlegen, also machen wir 2, 3, das wäre eigentlich so optimal. 3, 5, das heißt eigentlich müssten wir hier hin, ne? So, das heißt wir müssten hier, jetzt müssen wir mal gucken, äh, 2, 4, 5, das heißt da. Und dann hier einfach nochmal. So, ne? Aber hier passt ein Herbalisten hin. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn wir dann hier ein, ein, zwei, drei Bäumchen hinpacken und hier ist dann so ein bisschen der, ich sag jetzt mal die Kräuterhexe oder sowas, ne? Und hier drumherum sind dann überall die ganzen Blumen. Das gefällt mir tatsächlich. Ja. Ich würde den Baum tatsächlich auch einfach stehen lassen. Dann können wir hier mal gucken, ob wir da irgendwie was Tolles hingezimmert kriegen. Ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, machen wir vielleicht doch schon mal den Schneider? Dann hätten wir die Möglichkeit, wie viel, wie viel Leder haben wir denn? Also wie viele? Guck mal, 28 Pelze. Ja. Dann machen wir das jetzt. Pass auf, wir machen jetzt, wir ernennen jetzt unseren, ähm, unsere Schneiderin. Ne, machen wir nicht. Und keine Spindel. Verdammig. Okay, also müssen wir noch schnell eine Spindel herstellen und dann, ähm, no. Und wenn wir die Spindel hergestellt haben, dann. Was? Ich dachte gerade, da sind irgendwelche Mops, aber. Klingt so, als wenn die irgendwo kämpfen würden. Ach, guck mal, hier ist einer. Guck mal da. Ah, tatsächlich. Guck mal doch da. Da kämpfen sie. Okay. Guck mal da. Süß. Irgendwie, irgendwie schon süß. So, Entschuldigung, Ansicht blöd. Ähm, okay. Was macht der denn hier? Shiften. Hier ist auch wahnsinnig viel eine Brücke, ne? Ja, das wäre schon nochmal cool, wenn wir hier nochmal eine Brücke hin tun würden. Könnten. Das wäre eigentlich schon nochmal eine coole Sache. Ah, schau, jetzt sind sie hier aber bald fertig mit der, mit der Straße und sowas, ne? Dann können sie hier, guck mal, wie, wie schnell sie sich halt einfach drauf bewegen können, ne? Das ist auch nur eine ganz andere Hausnummer. Aber, ja, doch, und dann machen wir hier ein Lagerhaus, ja, so, 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 länglich. Ähm, und zwar wirklich mit, mit an jeder Seite einer Tür. Ja, genau. Und hier wäre jetzt tatsächlich überlegen, ob wir das komplett wegmachen und dann lieber eine komplett neue Treppe hochzimmern. Ähm, im Moment mein Favorit. Gut, aber dafür müsste ich das erstmal abbauen, ne? Na gut, wir können das ja so machen. Pass auf, wir machen das so. Wir machen hier jetzt, ähm, zwei Leitern hin, dass die da hochkommen. Die hier bauen wir ab. Und sobald das erledigt ist, ähm, machen wir hier das da weg. Wir müssten ja auch jemanden haben, der... Oh, guten Morgen, Herr Hahn. Also, jetzt gucken wir mal, ob den, ob das jemand schon mal wegmacht. Wahrscheinlich nicht, weil sie die, die Leiter eigentlich total toll finden. Oh, gucke mal, sehr schön. Ne, hier haben wir ganz viele Blümchen. Das ist gut. Immer schön abernten. Guck mal, aber wir könnten hier rumgehen, ne? Oh, das wäre ja was, ne? Schau mal, bevor wir jetzt hier... Warte, Entschuldigung, das war jetzt alles ein bisschen Kuddelmuddel. Warte, 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 da. Da müssten sie ja eigentlich ganz normal hinkommen. Oh, guck. A goblin sneaks into your camp. Was? Achso. Ne, tut er ja eigentlich nicht. Dann besiegen wir jetzt den Schieften. Der wehrt sich gar nicht, ne? Okay. Und den... Da wäre halt schon cool, wenn du einfach den hier angreifen könntest, ne? Ja, krass. Okay, den haben wir einfach besiegt und haben einen Level abbekommen. Aber gut. So, und jetzt wäre natürlich schon schön, wenn wir einfach sagen, wir würden hier das hier nochmal wegmachen. What if that is defeated? Oh, it hurts. Oh, it hurts. Oh, it hurts, my sheep. Me loves always. So, und dann werden wir auch hier nochmal alles einsammeln. Oh, unser Loot. Ui, was ist fertig geworden? Ja, die Lodge ist fertig. Oder die, die, die Lodge, die, die, also die... Das krapelnde Häuschen ist voll schön. Gefällt mir immer noch richtig gut. So, hier, die können wir wegmachen. Die können wir wegmachen. Mit Vogelhäuschen. Ja, guck, das ist richtig hübsch. Ganz toll, finde ich gut. Da haben sie jetzt hier ordentlich... Kann man hier auch Items reinmachen? Hier kann man auch Items reinmachen. Okay. Krass. Ach, schön. Jetzt bauen sie den Mason noch, ne? Und dann können wir uns jetzt dann gleich tatsächlich drum kümmern. Lassen Sie mal kurz gucken. 32 Items. Ah ja, okay. Ja, da muss ich mal gucken. Das will ich alles so ein bisschen... Das sieht voll schön aus. Ihr Stück braucht man dafür. Die ist ja hübsch, die Pflanze. Die stelle ich irgendwo hin. Das kannst du mir aber glauben. So, ähm... Das ist klar. Da fehlt jetzt natürlich noch ein bisschen was, ne? Die Blümchen hier. Ach, gucke mal. Da will ich auf alle Fälle immer vier Stück haben. Und von Energy Tonic will ich immer drei Stück haben. Und von den Bandagen möchte ich eigentlich auch immer vier Stück haben, ne? Müssen halt ein bisschen... Ein bisschen mehr sich holen. Was ist das hier eigentlich alles? Ein Kupfer. Ingot. Was ist das? Ein Giant Bone Eggs. Okay. Aber habe ich eigentlich gesagt, dass sie das mitnehmen sollen? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, das holen die dann schon. Keine Sorge. That machen sie. So. Okay. Ähm... Der Weaver. Da wollten wir jetzt eigentlich weiter machen, ne? Der schon... Oh, der ist... Das müsste jetzt fertig sein, ne? Let's change the job. Ja, perfetto. Genau. Aber dann können wir nämlich anfangen. Ähm... Die kriegt jetzt zwar noch keine eigene Schneiderei, aber zumindest, äh, können wir mal gucken, dass wir hier... Ne, nicht da... Ne, nicht da. Achso, warte mal. Wir könnten ja erst mal, ähm, die Sachen hier reinstellen. Ne, warte mal. Wo ist denn jetzt der Weaver? Jetzt hat... Da. Genau. So, pass auf. Jetzt müssen wir das hier erst mal herstellen. Die Sachen. Von denen will ich immer... Zwölf Stück haben. Uh. The Lumberjacks. Okay. Äh, haben wir was zum Verkaufen? Ich weiß gar nicht genau. Ja, die Bänke können wir verkaufen. Ah, gucke mal da. Tatsächlich. Oh, einen. Okay. Cool. Kaufen wir Holz? Pine. Ne, Pine haben wir selber. Pine brauchen wir nicht. Ähm. Hier sind noch Betten drinnen noch mehr. Hier, pass mal auf. Dann machen wir das jetzt nämlich so. Wir werden die hier einfach mal aufräumen. Und dann... Stellen wir die Items, ähm... Zum Herstellen. Stellen wir dann erst mal dahin, ne? Dann sind sie zumindest, äh... Regen gesichert. Aber guck mal. Hier geht's schon gut los. Hier haben sie fleißig angefangen. Sehr schön. Ja. Hier sind sie zwar lange noch nicht fertig, aber... Ähm... Die ganze Menge haben sie gefunden. Eisen, 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 Eisen haben sie gefunden. Super, mega gut. Sehr nice. So. Kann mal jemand bitte hier irgendwie die, die Dinger hier einsammeln? Wäre voll schön. Ja, legt euch mal schlafen. Genau. Oh, weißt du, was wir machen können? Wir können hier mal den Ofen hinstellen, ne? Da, den Ofen hinstellen. Nein, den da. Das ist der Ofen. Genau. Dann stellen wir den Ofen nämlich auch noch dahin. Perfekt. So. Haben sie jetzt? Ja. Guck mal. Perfekt. So. Jetzt machen wir mal so ein Lichtlein hier rein. Und die setzen wir jetzt erstmal hier hin. Und dann soll die mir erstmal ein bisschen Leder herstellen. Dann können wir nämlich zwölf Stück. Ja, machen wir mal zwölf Stück. Dann können wir nämlich schon mal die ersten Kisten hinstellen. Die ersten großen Kisten. Ich weiß gar nicht, kann der die denn? Oh, guck mal hier. Wir werden mal wieder ein bisschen was herstellen. Oh, leider ist mein Mikrofon abgehauen. Ich weiß gar nicht, wir werden mal ein paar von diesen großen Linkchests aufbauen. Ähm, zum Verkaufen. Die geben eigentlich ganz gutes Geld. So, und jetzt muss ich mal gucken. Da sind sie, ne? Shaving vier. Ja, dann können wir doch schon mal drei machen. Ja, wir werden da ein bisschen durch... durchmischen, denke ich. Wir werden jetzt nicht nur 64 Items... Schon mal ein Unterschied, ne? Nee, komm, dann machen wir das jetzt doch mal eben, ne? Wir werden dann einfach mal... Da haben sie es hingestellt, das ist gut. Ich meine, die brauchen hier jetzt noch einen kleinen Moment. Die sind da noch lange nicht fertig, aber... Ich denke jetzt hier... So, reicht, wenn wir hier einfach mal ein ganz schlichtes, einfaches Häuschen hinpacken. So ein Lagerhäuschen. Also Boden... Ähm... Machen wir... Ne, was weiß ich was? Wir machen mal den hellen Boden. Und dann machen wir das da und machen mal einen hellen. So, und dann werden wir zwei, drei... Machen wir mal drei. Oh, dann können wir da... So, und jetzt muss ich erst mal testen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Oh, ich will das doch runter machen. So. Und dann habe ich ja gesagt, ich möchte an jeder Ecke eine Tür haben. Ich platziere das jetzt erst mal nur, ne? Wir müssen das dann gleich auf alle Fälle nochmal ein bisschen testen. Ähm... Und hier auch nochmal eine Tür. So, und dann fangen wir mal an hier mit den Kisten. Ich werde jetzt dann mal in jede Ecke so eine große... So eine große Chest machen. Oder direkt neben dem Eingang ist es wahrscheinlich noch schlauer. Weil die ja dann nicht so weit laufen müssen. So. Einmal hier. Genau. Und dann tun wir die nämlich einmal dahin. Fünf und fünf. Ja, das passt doch. Ist doch super. Genau. So. Und dann packen wir... Packen wir die jetzt dahin oder packen wir die dahin? Dann hätten wir da hinten aber, glaube ich, eigentlich einen toten Winkel, ne? Das ist dann natürlich nicht so schön. So, dann machen wir das so. Packen hier einen Barrel hin. Also so ein Fässchen, ne? So. Dann... Dann... Oh, das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich will ja wirklich ein großes Lagerhaus. Ja? Ich will eigentlich keine Lagerflächen mehr haben. Und dann wäre es gar nicht so schlecht, wenn man wirklich... Ja, groß denkt. Berry Barrels. Ich weiß gar nicht, was... Ob man da... Ich glaube, das ist aber tatsächlich nur Dekoration. Ich finde es jetzt nicht schlecht, einfach zu sagen, okay, ich packe da jetzt mal als Deko sowas noch mit dazu. Allerdings muss ich gucken, was wir dafür brauchen. Nicht, dass wir jetzt irgendwelche Dinge brauchen, die ich so nicht herstellen kann. Zweimal Fleisch und zweimal Gemüse, okay. Und dann brauchen wir bloß diese wooden Pantries. Die können wir herstellen lassen, das ist ja überhaupt kein Problem. Wenn ich sie denn dann finde. Da, gucke mal. Da werden wir jetzt hier einfach mal vier Stück herstellen. Und... Komm, wir machen das mit den Barrels, machen wir auch. Dass wir einmal so einen Berry Barrel Gedöns hinstellen. Einfach für die Deko. Weißt du, das ist einfach, dass das so ein bisschen abwechslungsreich ausschaut. Dass das nicht alles so, ja, einwandfrei ist. So. Jetzt müssen wir bloß gucken. Ähm, dann mit, mit Licht. Das wäre jetzt natürlich dann nochmal... A Daily Update. Oh! Oh! Oh, Entschuldigung, warte. Wir gucken. Na, hallo. Norsa Nelvin. Wer bist denn du? Oh, jemand, der intelligent ist. Hm, schön. Das ist gut. Kann man immer gebrauchen. So. Achso, ich wollte eigentlich noch... Pass mal auf hier. Ich wollte anmalen. Also, kleine Mahl-Session. Wir machen hier mal so ein Küchenmuster hin. Das finde ich jetzt eigentlich ganz witzig. Mal gucken. Okay, ein Capital Level 6. Das ist immer was Tolles. So. Hat er das jetzt gemacht? Nee, ne? Weil er... Ach doch. Weil er gerade gesaved hat. Deswegen war das jetzt... 1, 2. Genau. Dahin. Dahin. Okay. A Grizzled... Oh, ja. Aha. Township. How are things for you? Quite a bad sign when a bird stops singing. Okay. Goblinwolves. Aha. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Ich mache jetzt aber keine Pause. Die werden das schon überleben. So. Gucken wir mal. Dann machen wir einfach... Das war jetzt nicht so gut. Aber kein Problem. Malen wir einfach zurück. Da. Und da. Und da. Und da. Schön, wie ich malen kann, oder? Das ist doch mal... Oh. Zack. Und zack. So. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt tatsächlich brauchen. Aber guck mal. Hier ist jetzt natürlich schön. Das wäre jetzt genau gerade. Vielleicht lassen wir es dann tatsächlich wirklich so. Schachbrettmuster. Cool. Gefällt mir. Ist gut. Upsi. So. Dann bauen wir jetzt hier... Ich meine, das können wir hier noch nicht machen. Das wird noch eine Weile dauern. Dann lassen wir einfach mal kurz den Platz da frei. Dann machen wir hier auf alle Fälle nochmal ein zweites Regal. Genau. Und dann packen wir auf alle Fälle hier nochmal ein paar von den Drohnen hin. Und dann... So. Zack. Wieder falsch. So. Da lassen wir frei. Dann haben sie hier direkt den Weg durch. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob der kann der irgendwelche... Ach, guck mal, der kann hier diese Baskets machen. Ah ja, da brauchen wir bloß diese Bolt of Clothes. Heißt, können wir da tatsächlich auch einfach mal so als Abwechslung mit reinstellen. Ja, nett. So. Packen wir hier noch so ein Ding rein und nochmal so einen kleinen. Wie gesagt, mir ist ja einfach nur so ein bisschen wichtig, dass das so ein bisschen abwechslreich ausschaut. Dass das nicht so... Ich meine, das schaut jetzt halt einfach aus wie ein Lagerhaus. Und ist nicht mehr ganz so langweilig. Ah, guck mal, hier haben sie die Leiter weggemacht. Sehr schön, dann können wir da jetzt auch gleich noch weitermachen. So, und dann möchte ich eigentlich schon nochmal von den langen Kisten... Ja, dann machen wir einfach hier... Kommen die da durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann machen wir es hier ein bisschen luftiger. So. Und dann packen wir noch zwei Kisten dazu. Joa, genau. Dann brauchen wir nochmal einen Barrel. Finde ich. Also das darf schon nochmal sein. Das würde einfach nochmal... Joa, wo ist es denn? Ach, fast da. Da. So. Hier hinten habe ich jetzt da so gar nichts in die Richtung gemacht. Das ist schon komisch. Können wir das jetzt hier so zusammen machen? Ne, das sieht dann seltsam aus. Okay. Ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Garderoben ist. Ob die dann eben halt auch so Platz bieten. Das weiß ich nicht. Möchte ich jetzt aber auch nicht unbedingt ausprobieren, muss ich gestehen. Sonst habe ich nachher das Problem, dass das dann nicht funktioniert. So. Joa, kann man so machen, ne? Kann man so lassen, denke ich. Ich möchte eigentlich schon gern, dass die Tür in der Mitte ist, ne? Aber so geht es schon. Ich denke, hier ist genug Platz drin. Das vermute ich jetzt mal. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da noch Licht rein zaubern. Dass das eben wenigstens hin und wieder so ein bisschen beleuchtet ist. Saving, saving, saving. Ja, mit den großen Kerzenleuchtern. 3, 3, so. 3, 3. Genau, und dann machen wir hier nochmal einen. Das ist so in Ordnung. Ich denke, viel mehr würde ich jetzt gar nicht machen. Dann machen wir noch ein Dach drauf. Und, äh, dann soll es das eigentlich gewesen sein. Jetzt müssen wir hier bloß das richtig machen. Können wir ruhig ein bisschen... Ja, warum nicht? Das finde ich jetzt auch tatsächlich nicht ganz so schlecht. Dann machen wir hier wieder das da. Und das da. Und dann machen wir hier oben... Äh... Fenster. Weiß ich nicht. Sieht komisch aus, das Fenster, hm? Machen wir hier drei Fenster rein. Und hier nochmal drei Fenster rein. Und dann... Die Außenlampen. Die dürfen wir nicht vergessen. Ne, wir wollen ja schon ein Licht haben. Drumherum. Und die Straße. Und da nochmal. Dann packen wir hier hinten nochmal welche hin. Dass wir dann wirklich an allen Stellen... Gut, was lichttechnisch organisiert bekommen. So, und jetzt dann hier. So. Drei. Das heißt eigentlich hier. Drei. Jo. Dann haben wir hier tatsächlich ein cooles Lagerhaus gebaut, ne? Aber was mir nicht gefällt, ist die Farbe. Ich werde jetzt, denke ich mal, hier... Ja. Ich werde hier nochmal mit der Farbe ändern. Machen hier die Farbe hin. Das finde ich stimmiger mit dem... Mit dem Dach zusammen. Gefällt mir besser, wenn das alles ein bisschen... Gleich ist. Ja. Das ist besser. So, und eigentlich bin ich gewillt hier, ne? Was haben wir denn? Zwei. Zwei da. Zwei, zwei. Ach, schade. Das ist ungerade. Was ist, wenn ich jetzt hier mache? Ich will bloß mal ausprobieren, ne? Upsi. Können wir denn hier? Ja. Hat das was? Na, das gefällt mir nicht. Lassen wir so, wie es war. So, und dann haben wir hier jetzt ein Lagerhaus fertig. Fangen wir an zu bilden. So. Jetzt werden sie da auf alle Fälle eine Weile beschäftigt sein, denke ich. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt hier das da wegmachen, dass wir hier eine große Treppe hinpacken können. Jetzt würde mich interessieren, ne? Haben wir hier... Ah ja. Guck mal. Wo ist es? Wo sind sie? Oh, der versucht tatsächlich die Tür kaputt zu machen. Echt? Wie krass. Und er hätte es auch fast geschafft. Krass. Kann man das reparieren? Könnt ihr das reparieren? Kann das jemand reparieren? Hm. Vielleicht sollten wir das doch noch mal in eine Steintür umwandeln. Naja. Gut. So. Alles klar. Ähm. Ihr Lieben. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gespielt. Über eine halbe Stunde. Ich würde jetzt erstmal... Joa. Feierabend machen. Klingt jetzt blöd, aber... Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann... Joa. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann ans Weiterbauen geht. Oh. Schön. Herrlich. Mir gefällt es. Super. Einfach schön. Wie sie hier so arbeiten. Gut. Dann... Äh. Joa. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Lasst ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 . Vielen Dank.